moin leute und herzlich willkommen zurück zu rumblewurst so das neue update ist draußen ich habe noch keine große gelegenheit gehabt reinzuschauen habe eben mal eine kleine proberunde gemacht und habe mir gedacht ich suche mir randy und randy hat gesagt ich hab bock also machen wir mit ihm wir kennen uns nicht wir sind beide gemutet ist mir aufgefallen randy wirst wenn du mit irgendwelchen leuten zockt da will keiner was mit dir zu tun haben sprich nicht mit denen entweder sind die gemutet oder die muten sich sobald du anfängst zu reden das ist so ein absolutes solospiel selbst wenn man zu zweit unterwegs ist und was ich in der proberunde hatte mein randy hat mich sogar irgendwann verlassen der ist im pop klein gegangen einfach verlassen ziemlich traurig und aber ich habe tatsächlich die runde geholt erster platz geworden vielleicht kriegt ja noch mal so eine solorunde hin dann können wir das hier noch erweitern aber solange wie randy hier bei uns bleibt kann uns ja nichts passieren der lässt uns bestimmt nicht im stich und die sind geil nicht mega so das 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 okay randy zieht weiter der sagt wir haben keine zeit nämlich das okay und schulke slam ja wir verbleiben mal so so randy wo bist du denn auf gott bist du weit weg so ein bisschen zusammenbleiben bitte zusammenbleiben immer der hand folgen die lehrer früher ja irgendein zettel hochgehalten und darf ich die sterne oder willst du die haben willst du dir an finde ich hab's dir angeboten hier liegt noch ein lila buch was haben wir hier rakete das ist der geilste angriff rakete ist so nice ey das ist das beste was gibt ich raffe nicht wie das manche leute spielen können also nicht wollen sondern tatsächlich auch können die rakete ist der letzte rotz war jetzt vielleicht noch mal ein grün dann bin ich relativ glücklich das war nix das ist übrigens der neue angriff der bulle der ist nicht geil ehrlich jetzt ich finde den kacke der zwar bio aber grundsätzlich sind nicht kombinierbar du kannst damit nicht viel machen du rennst halt einmal durch die leute durch und dann fliegen die auch so weg aber du rennst halt noch weiter ok dafür kriegst du einen auf den latz das gibt's nicht und das ist der andere wort judo hier randy was ist los mit dir hier schnapp ihn dir randy sehr schön sehr schönes teamwork das machst du gut ich war ja kurzzeitig von dir enttäuscht ne so was können wir machen ich brauche hähnchen hast du hier was zu futtern ja eine goldene ein fettes hähnchen genau das was ich brauche so den nehmen wir noch mal mit und den seestern holen wir jetzt raus jetzt wird's krass hoch ich kann ja mit dem bogen fliegen das ding ist so cool wo ist er hin hat er mich verfolgt ne ok den gegner werden wir nicht mehr finden wir ziehen weiter er ist dieselben meinung jetzt nehme ich schon vor also hier schon mal rüber ich habe die ganze zeit das gefühl ich wusste es doch da verfolgt uns einer nein ja ja und dann stehst du so da komm her hier schlag hat prio also gleich habe ich es weg ok schön das ist vorbei jetzt komme ich nicht mehr an den rande gut gemacht randy ich danke dir da habe ich tatsächlich ein geil mail sexy oh entschuldigung nimm ihn soll ich ihn mal stunnen schade mensch ich habe doch noch gadgets oh das habe ich voll vergessen ja ja ich komme ich komme ich komme ja du machst das schon ne ja da stand nur noch ich was haben wir noch die baisy da gehen wir ein bisschen baseball spielen ok ich komme er ist ja geil drauf so na kriegen wir ihn der läuft weg ne ah ich bin voll in die masse gelaufen das gibt es nicht also bis jetzt hat randy alles gemacht ich habe schon gedacht ich kriege den nicht mehr gut den haben wir ok wir gehen hoch ah wir müssen ah das kriegen wir hin die runde holen wir ey randy hast du noch vielleicht ein stück schnitzel oder so für mich und gleich gleich nochmal weiß so schön war oh junge 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 ja hat aber kastiert krasse nummer ok ja kein problem entschuldigung wir müssen uns mal ein bisschen separieren hier ne so ich habe den du nimmst den da oder auch nicht oh nein oh nein ok aua das war ich kein problem ich habe dich ich habe dich jetzt hast du ein problem schönes ding der lebt noch ja das war ich der ist der ist nur down haben wir randy wir haben es geschafft wir haben oh bester mate bester mate super gemacht herzlichen dank für diese geile runde also es bringt bock ok zum schluss ich war ja ziemlich ruhig das gefühl ich bin ziemlich ruhig gewesen manchmal sabbele ich echt viel und denke mal ich habe gar nichts gesagt so wir machen auf jeden Fall noch eine war eine mega geile runde ich hoffe wir kriegen entweder nochmal so ein mate oder ballern das alleine durch und stellen uns nicht ganz so unfähig an gehen nächste runde so da sind wir auch wieder so wie es aussieht spiele ich jetzt alleine gegen duos sexy also ich sehe meine chancen da sehr weit unten muss ich ehrlich sagen aber na gut abwarten was kommt vielleicht wird es ja was aber nicht wundern wenn ich also wenn ich jetzt die runde ein bisschen ruhiger werden sollte dann versuche ich mich zu konzentrieren vielleicht kriegt ihr auch wenn ich alleine bin hier kommen gleich nochmal welche glücklicherweise habe ich kein Buch runter das ist mein Dach hier ein Slipper nehmen wir den mit jetzt ludelt der Typ hier alles weg das ist ja das ist ja du hast schon ein Buch gelesen er hat schon das kann ich ich fall runter bringt mir richtig was doch das geht das kann nicht sein ich wollte den runterhauen weißt du und dann fliege ich da selber runter Angriffsstärke jetzt müssen wir uns aber hier ein bisschen ins Zeug legen ich sehe meine Schaxe so gering aber vielleicht überrasche ich ja mich und euch wir schauen mal so ich sollte vielleicht erstmal irgendwie gucken dass ich an Bücher rankomme super so kann das doch schon vorwärts gehen gucken wir mal jetzt wollen wir uns den hier Angriffsstärke und Sumo Slap Sumo Slap ist ja kann man mal nehmen ich meine das geht ja ne weg mit dir oha das hast du gemacht weil du keine HP mehr hast du Feigling ich bin alone so aber ich hätte trotzdem auch gern was geileres und äh Leben und weg so Tonne Müll Tonne ist auch nicht schlecht nein wo hast du mir mein Move versaut dafür komme ich jetzt zu dir nein oh oh das war eine dumme eine ganz dumme Entscheidung ich sehe es ein das kann nicht so die verfecke ich jetzt oh die war auch alleine hätten wir uns zusammen tun können oh nein jetzt geht die Zone in die Richtung und hoch muss ich trotzdem hätte ich auch da hinten hoch gehen können hallo nein die Zone kommt ich will nicht ausgezählt werden komm ich hoch ok ein bisschen Fleisch wäre jetzt geil lass dir mal kurz zu holen ich brauche Hähnchen perfekt und chicken das kann nicht wahr sein das kann einfach nicht wahr sein äh ja ah hier ein paar Pommes ok und tschüss oh stell dir vor ich hab so was ähnliches kommst du nicht hoch dicker und tschüss hat aber ein paar Meter zu laufen jetzt schade dass die Zone in seine Richtung wandert so das nehmen wir mit und den können wir uns auch nochmal heben so live ist voll können wir eigentlich auch wieder Stress machen aber vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere geile Buch Mist ich dachte ich hab was gehört ah ich hab was gehört oh Gott hab ich ihn noch getroffen nein hi ich kann nix machen ich hab keine Ausdauer nein oh Gott sei nicht so zu mir jetzt hat er diesen Bullen oh das war meine Chance ich hab's so verkackt oh scheiße ich glaub das was willst du da machen ne was willst du da machen scheiße ist das hier Bulle am Arsch oh Bulle nicht am Arsch oh Gott gerade noch gemerkt dass ich keine Ausdauer mehr habe wieso ich wollte gerade sagen ich hab keine Ausdauer okay das wird ein endloser kommt nur mit diesen Typen hier mit diesen Typen okay damit hab ich nicht gerechnet der geht echt durch alles ne gibt's auch einen Move dass man oh jetzt jetzt mobbe ich mich hier mit ein und denselben Typen du kommst da nicht durch also Sumo-Snap nicht gar nix oh ein Glück die regelt nein oh Gott die regelt ich hab keine Ausdauer dafür kann mir das gerade nicht erlauben nix da muss ich doch wegkriegen ah das kann nicht raus aus der Saung kommt der wieder hier nicht da ist er der hat kein der hat kein Ding den hole ich mir so und Schiss ins Wasser nein aber das Hähnchen ist runtergefallen was hast du denn gehabt oh Gott Scheiße komm schon das ist doch ein Witz ja immerhin vierte gegner gesehen oh my goodness ich hoffe die Folge hat euch gefallen wenn ja das gerne like wir sehen uns das nächste Mal wieder scheiße wieder ein ich würd mich freuen bis dann mach's gut bis dann